Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 20. August 2023. Hallo meine Lieben, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt zu einem neuen News Video hier auf meinem YouTube Kanal. Ja, lang ist es her, das letzte News Video. Das letzte News Video ging ja um die neuen Jahreskarten. Das war ja ein eigenes News Video über ein Thema. Heute haben wir wieder die ein oder anderen Neuigkeiten über Schließungen, über Showpausen. Wir reden über kleinere News, die jetzt keine eigene Kategorie haben. Aber wir reden auch über die Princess Celebration und das ein oder andere Merchandise und was in den nächsten Tagen und Wochen eigentlich so geplant ist. Ja, und ich würde sagen, wir starten. Und bevor wir starten, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen YouTube Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keins der zukünftigen, sehr aufregenden Videos, die in den nächsten Wochen da so kommen werden. Starten wir mit den ersten Neuigkeiten und zwar sind das Schließungen und Showpausen. Denn das ist auch immer so eine Sache, die euch immer sehr interessiert. Ich habe auch vorhin viele geschrieben, kannst du wieder ein News Video machen, wo du die Schließungen erwähnst, weil wir dann und dann im Park sind. Also, ja, jetzt in diesem Video geht es über die Schließungen im September. Welche Attraktionen werden renoviert? Und zwar wird einmal Peter Pan's Flight vom 4. bis zum 15. September geschlossen sein. Immer ist es mal einschließlich. Dann wird Flight Force vom 4. bis zum 8. September geschlossen sein. Ratatouille vom 18. bis zum 29. September. Der Hyperspace Mountain vom 18. bis zum 22. September. Und Indiana Jones ab 18. September. Und es gibt noch kein Datum, wann Indiana Jones dann wieder aufmacht. Wahrscheinlich irgendwann im Oktober. Also, ja, ihr merkt, September sind einige beliebte Attraktionen geschlossen. Natürlich nicht den ganzen September, aber einige Zeit des Septembers. Wie zum Beispiel Peter Pan, fast den halben September. Ich denke mal, das ist der Grund, weil alles für die Halloween Season bereit sein soll. Weil die Halloween Season natürlich immer sehr begehrt ist. Ab 1. Oktober startet ja die Halloween Season. Und der September wird ja auch immer so gesagt, dass es so ein bisschen Low Season ist. Weil die Ferien sind vorbei. Herbstferien haben wir nicht gestartet. Es ist so ein Zwischending. Zwischen, also Sommerferien und halt Halloween. Und deswegen wird auch immer im September könntet ihr immer, wenn wir es beim anderen Thema sind, günstigere Preise ergattert. Und deswegen wird die Zeit auch genutzt, um die ein oder andere Attraktionen zu reduzieren. Damit, wenn die Halloween Season und die High Season wieder startet mit Halloween und Weihnachten, die Attraktionen wieder bereit für euch sind. Betrifft die Schließung den einen oder anderen von euch? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und genau, jetzt kommen wir zu den Shows. Die Shows werden auch, also einige Shows gehen auch in Pause. Und zwar Together, Pixar Musical Adventure, was ich noch nicht gesehen habe. Das wird nächstes Wochenende der Fall sein. Wird eine Winterpause machen. Und zwar vom 6. November bis zum 15. Dezember. Und dann startet sozusagen Season 2. Ob da jetzt irgendwas noch angepasst wird, keine Ahnung. Startet dann am 16. Dezember wieder und geht dann bis zum 5. Mai 2024. Und ob die Show dann noch weiterläuft, was dann mit der Show passiert, keine Ahnung. Aber ich schätze mal schon, dass sie weiterläuft. Also die Show wurde jetzt nicht nur für knapp ein Jahr auf die Beine gestellt. Aber mal sehen. Und die Disney Junior Dream Factory macht auch eine kleine Herbstpause. Und zwar vom 25. September bis zum 20. Oktober. Dann, wie wir alle wissen, geht der 30. Geburtstag, äh, liked sich dem Ende. Und zwar am 30. September ist der letzte Tag des 30. Geburtstags. Und, äh, der letzte Tag, an dem Dream and Shine Brighter läuft. Und auch Disney, die light. Die Drohnen-Show. Das heißt, beide Shows werden, äh, am 30. September zum letzten Mal performt. Und, ja, ich bin ja auch am 30. September vor Ort und werde mir natürlich beide Shows zum letzten Mal nochmal anschauen. Und den Abschluss der 30. Geburtstag mit feiern. Äh, bin da auf jeden Fall mit dabei. Und ob eine neue Drohnen-Show kommt, äh, was Disney die light ersetzt, wissen wir noch nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass da eine neue Drohnen-Show kommen wird. Wir haben ja, ähm, also, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ähm, Disney, äh, nicht Disney, Marvel Power the Night kehrt am 1. September zurück. Habe ich mir auch schon irgendwo aufgeschrieben. Ähm, genau. Also, Disney vom 1. bis zum 5. Vom 1. September bis zum 5. November. Genau, da habe ich mir aufgeschrieben. Ab 1. September, äh, bis zum 5. November kehrt ihr Marvel Power the Night zurück in die Walt Disney Studios. Das ist die Marvel Drohnen-Show. Ähm, das heißt, vorübergehend habt ihr dann die Drohnen-Show. Ob an Weihnachten jetzt schon bereits eine neue Drohnen-Show kommt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir haben ja gesehen, an, ähm, am Nationalfeiertag, äh, am französischen Nationalfeiertag gab es eine extra Drohnen-Show. Ähm, an Silvester, glaube ich, sogar auch. Bin ich mir da nicht mehr so genau sicher. Also, ich bin mir sicher, dass Disney da auf jeden Fall schon an einer neuen Drohnen-Show arbeitet, was vielleicht Disney die Leit dann ersetzen wird. Und dann kommen wir noch zu den Pool-Schließungen. Ähm, die Pools werden auch mal, ähm, renoviert. Und zwar der Pool in der Sequoia Lodge. Vom 6. bis zum 17. November. Der Pool in der Davy Crockett Ranch. Vom 20. November bis zum 1. Dezember. Der Pool im Hotel New York. Vom 4. Dezember bis zum 8. Dezember. Und das Hotel Newport, äh, der Newport Bay Club, äh, der Pool, dort wird vom 11. bis zum 15. Dezember renoviert. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es, ich habe noch, ich war tatsächlich noch nie in einem Disney Pool, in Disney Hotels, ich habe dafür irgendwie noch nie Zeit gehabt. Ähm, aber ich meine, wenn die Pools geschlossen sind, dürft ihr die Pools von den anderen Hotels nutzen. Aber das ist darauf keine Garantie. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und da kommen wir noch zu einer weiteren Schließung oder Pause. Wir wissen es nicht. Und zwar ab dem 28. Dezember, äh, nicht Dezember, ab dem 28. September wird das, wird es kein Prinzessinnenfrühstück mehr im Aubergue de Saint-Réon geben. Und es gibt keine Info dazu, ob es zurückkommt und wann es zurückkommt. Ähm, die Besucher, die das Prinzessinnenfrühstück nach dem 28. September bereits reserviert haben, werden informiert. Oder ruft einfach mal bei der Hotline an, ähm, ob ihr vielleicht aufs Plaza Gardens, ähm, wechseln könnt oder es wird halt dann, ihr bekommt dann das Geld zurück. Warum? Keine Ahnung. Das wurde bisher nicht kommuniziert. Meine Meinung, oder ich vermute es, es war nicht so beliebt. Erstens, es war extrem teuer. Wir haben es ja, also es gibt darüber ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wenn es euch interessiert. Es ist extrem teuer. Ich fand das Essen in Ordnung, aber man bezahlt halt für die Experience, die Prinzessin zu treffen. Was natürlich viele, ähm, machen. Aber ich glaube, dann ist der beste, bessere Deal das Mittag- oder Abendessen. Und das hat man wahrscheinlich bei den Buchungszahlen beim Frühstück gesehen. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, was da passiert ist. Ich habe nichts, äh, nichts, kein, nichts Bestätigtes vom Dessert Paris. Ja, das waren die Neuigkeiten zu den, ähm, Attraktionsschließungen, zu den Pausen der Shows und den, ähm, Renovierungen der Disney Pools. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 2. Und das sind die kleineren Neuigkeiten, wie ich es jetzt einfach mal die Kategorie genannt habe, die jetzt keine eigene Kategorie bekommen haben. Äh, und zwar hat, äh, Avengers Flight Force, die Attraktion in den Walt Disney Studios, im Avengers Campus, die Achterbahn, ein Upgrade, schon wieder ein Upgrade bekommen. Und zwar neue LED-Leuchten. Und ich habe schon gehört, es sieht richtig cool aus. Und das wird natürlich auch nächste Woche im Dessert Paris exzessiv getestet. Ähm, also exzessiv. Ich werde einfach die Attraktion fahren und mir anschauen, ähm, wie es dort drin aussieht. Und ich werde euch natürlich in den Vlogs auf dem Laufenden halten. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr auch keines der Vlogs. Dann, Casa del Coco hat eröffnet, da das neue Restaurant, wo vorher das Frente del Oro drin war, wurde ja renoviert, hat eine Umthematisierung bekommen in Coco. Und das Casa del Coco hat eröffnet. Ähm, werde ich auch natürlich nächste Woche testen, aber das Menü ist ja gleich geblieben. Aber ich habe trotzdem, ich liebe die Burritos dort. Und, äh, dass der, die gute Neuigkeit darüber ist, nicht nur, dass es eröffnet hat, sondern, dass es auch bis 22.30 Uhr dort Essen gibt. Und das ist tatsächlich eines der wenigen Restaurants, wo man so lange im Dessert Paris zu essen bekommt. Das Einzige, was es noch gibt, ist, glaube ich, Casey's Corner und, ähm, ach, wie heißt denn jetzt der Laden? In, in Discoveryland. In, Hyper, Café Hyperion. So, genau, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Das sind die zwei eigentlich bisher, wo man so lange noch was zu essen bekommt. Äh, und es ist auch immer, also, ne, Hot Dogs oder Burger. Und deswegen bin ich ganz froh, dass sie das Casa del Coco jetzt auch bis 22.30 Uhr dort geöffnet haben. Da gibt es dann halt, wie gesagt, ähm, Burritos, ähm, Hähnchen, Beef, vegetarisch oder sogar vegan. Ähm, Chicken Nuggets, Frozen Margarita, auch darauf freue ich mich auch so sehr. Auf einen Frozen Margarita im Casa del Coco. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, also, das zu der Neuigkeit. Dann das mit Power the Night habe ich auch bereits erwähnt. Das ist ja nichts Neues. Es wird einfach nur am 1. September bis zum 5. November wieder zurückkommen. In den Walt Disney Studios auf gar keinen Fall verpassen, wenn ihr da seid. Es ist wirklich ein, also, es ist, wenn man das sieht, dann denkt man, boah, was da Disney wieder technisch auf die Beine gestellt hat, ist einfach der Wahnsinn. Also nicht verpassen, wenn ihr jetzt in dem Zeitraum in Disneyland Paris seid. Dann, ähm, kehrt auch Magic over Disney zurück. Das ist ein, äh, eine, ein Nighttime Spectacular. Ich glaube, letztes Jahr, also ich habe es noch nie live gesehen, weil es immer in der Off-Season ist. Ähm, letztes Jahr gab es auch, glaube ich, ein sehr gesondertes Feuerwerk dazu. Ähm, was dieses Jahr genau passiert, keine Ahnung, aber am 6. und am 8. November gibt es die Brownfire Nights. Und, ähm, also das sind, wie gesagt, so Zwischentage. Ähm, 6. und 8. November ist ja die Zeit zwischen Ende der Halloween Season und Start der Christmas Season. Und deswegen ist es auf jeden Fall immer eine Low Season, wo ihr auch eigentlich ganz gute Preise bekommt. Und, ähm, am 17. 22. und am 24. Januar, ähm, findet auch nochmal Magic over Disney statt. Und, äh, das ist auch eine Low Season. Das ist, glaube ich, auch sogar unter der Woche und im Januar. Das sind auch, wie gesagt, Zeiten, wo es eigentlich immer relativ günstig ist. Dann, ähm, weiß ich, also ich habe es gelesen auf, ähm, Twitter bei DLP Report, ob es das jetzt genau, wie das genau umgesetzt wird von Disney und wie das bestraft wird von Disney. Keine Ahnung. Aber die, ähm, Parkplatz-Regularien wurden geupdatet. Und diese Parkplatz-Regularien sagen, dass man nicht über Nacht mit dem Auto und jetzt mit dem Camper auf dem Parkplatz stehen darf. Das steht da drauf, wie gesagt, also theoretisch dürfen dann keine Camping-Autos mehr auf dem Parkplatz, auf dem Camping-Parkplatz, das ist das in Paris stehen bleiben, sondern müssen weg. Und ich bin kein Camper, ich habe damit keine Erfahrung, aber vielleicht habt ihr damit Erfahrung. Und da war ihr in letzter Zeit mit einem Camping-Auto dort, ähm, musstet ihr dann wegfahren. Ich weiß auch nicht, wie das, ob da wird ihr dann abgeschleppt oder bekommt ihr einen Strafzettel. Ähm, ich wollte es einmal nur hier mitteilen, weil ich es, wie gesagt, gelesen habe und vielleicht für einen der einen oder anderen wichtig ist für euch, ähm, wenn ihr mit einem Camping-Wagen dorthin fahrt. Wir wollten das ja auch mal machen, aber wenn man da jetzt nicht übernachten kann, sehen wir jetzt den Sinn auch nicht mehr da drin, ähm, mit dem Camping-Auto ins Disneyland Paris zu fahren. Weil das war ja eigentlich auch immer eine relativ günstige Möglichkeit, im Disneyland Paris zu übernachten, wenn man einen eigenen Camper hatte. Ja, und die letzte kleinere Neuigkeit ist, Jahreskarten sind jetzt für jeden verfügbar. Das heißt, jeder von euch da draußen, der jetzt eine Jahreskarte, noch keine Jahreskarte hatte, aber eine kaufen wollte, das funktioniert jetzt. Online, glaube ich, nur über die französische Seite, wie es auch vorher schon der Fall war. Man, dann benutzt einfach Google Chrome als Übersetzer oder ihr geht einfach vor Ort hin und kauft euch die Karte dann vor Ort. Aber so wie ich es auf Twitter und auf Instagram gesehen habe, ist, glaube ich, der Andrang jetzt nicht der größte. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 3. Und, äh, es gibt neues Merchandise. Und zwar, äh, neues Newport Bay Merchandise, also vom Hotel Newport Bay Club. Findet ihr auch nur im Hotel selbst, im Merchandise-Shop. Äh, mal gucken, ob wir es nächste Woche da hinschaffen, ähm, fürs Merchandise-Video. Da gibt es natürlich auch wieder nächste Woche, also nächste Woche wird es aufgenommen, es kommt aber wahrscheinlich die Woche drauf. Ein neues Merchandise-Video, denn es gibt so viel neues Merchandise und das muss ich dann euch erstmal alles abfilmen in dem neuen Merchandise-Video. Aber, wie gesagt, es gibt ein neues Newport Bay Club Merchandise. Micky kuschelt hier für 30 Euro. Ich blende euch jetzt auch mal die Bilder ein. Dann, äh, es gibt eine Schüssel für 15 Euro. Es gibt eine Tasse für 22 Euro und die Figur kostet 49 Euro. Und ich muss sagen, die Figur, also ich habe die Figur schon, weil die genau dieselbe Figur steht auf der Disney Magic. Oder war es die Disney Dream? Ja, ich glaube, es war die Magic. Ähm, und ich habe mir die ja gekauft, also auf dem Kreuzfahrtschiff. Und, ähm, ja, auf der Figur jetzt im Newport Bay steht halt unten auf dem Blättchen halt der Snowball Newport Bay Club. Und bei meiner steht halt Disney Dream drauf. Oder Disney Magic. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich diese Figur zu Hause in irgendeinem Umzugskarton drin. Genau. Also es gibt ein neues Merchandise von Newport Bay Club. Und es gibt jetzt die Disney Locana Karten. Äh, der große Disney Locana Hype. Ähm, ich habe ja die Karten auch zugeschenkt bekommen vom Ravensburger. Ich habe dazu auch ein eigenes Video gemacht. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert. Kleiner, ähm, Spoiler. Ich liebe dieses Spiel. Und nicht nur ich, sogar mein Freund liebt dieses Spiel. Und wir spielen es zusammen. Äh, dieses Trading Card Game, aber auch für die Sammler ist es, äh, sehr interessant. Also schaut da gerne mal bei dem Video vorbei, wenn es euch interessiert. Ähm, die Disney Locana Karten gibt es jetzt auch im Disneyland Paris zu kaufen. Aber nur französisch. Das heißt, ich glaube, für uns nicht ganz so interessant. Aber ich möchte es trotzdem hier erwähnen. Ähm, es gibt Kartenhalter, also so kleine Mappen von Disney Locana für 20 Euro. Äh, die Booster Packs kosten 6 Euro. Die Starter Decks kosten jeweils 20 Euro im Disneyland. Und das Gift Set gibt es auch. Kostet 30 Euro vor Ort. Und es gibt keine Jahreskartenrabatte auf die Disney Locana Sachen. Ja, und kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 4. Der Princess, der Global World's Princess Week. Die ja heute gestartet hat. Also die Princess Week geht vom 20. bis zum 26. August. Und das Disneyland Paris feiert mit. Und, ähm, wir sind ja auch nächste Woche Samstag noch vor Ort. Und erleben den letzten Tag der Princess Celebration. Dazu wird es dann auch ein Video geben. War ja auch die letzten zwei Jahre immer bei der Princess Celebration vor Ort. Und für nächstes Jahr war immer gefragt, wann ist dann die nächste Princess Celebration. Also, die letzten drei Jahre war die Princess Celebration immer wieder. Immer in der letzten Woche des Augusts. Und wenn sie nächstes Jahr wieder gefeiert wird, dann würde ich mal fast vermuten, dass es wieder in der letzten Woche des Augusts sein wird. Ja, was gibt es in Paris Spannendes zur Princess Celebration? Es wird eine Show geben auf der Castle Stage. Das ist im Prinzip rechts vom Schloss, diese Bühne. Und dort wird es eine Show mit Moana, Tiana, Merida und Mulan geben. Jeden Tag, außer am 24. August. Warum auch immer. Also, man ist, es läuft eh schon nur vom Sonntag bis Samstag, diese Show, also sechsmal, also an sechs Tagen. Dann sagt man am 24. Nee, da findet sie auch nicht statt. Also läuft es eigentlich nur an fünf Tagen. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Warum? Wie gesagt, keine Ahnung. Und die Show läuft immer um 13.05 Uhr, um 13.45 Uhr und um 14.30 Uhr. Genau. Wie gesagt, schauen wir uns nächste Woche dann genauer mal an, an dem Samstag. Dann gibt es natürlich verschiedene Meet & Greet mit den Prinzessinnen im Park. Zum Beispiel habe ich jetzt heute schon auf Instagram gesehen im Frontierland, da wo normalerweise Goofy als Cowboymann treffen kann, steht heute Merida. Und natürlich der Prinzessspavillon, da sind die Prinzessinnen und es wird auch wahrscheinlich spontane Meet & Greeds geben. Also, der Park ist voller Prinzessinnen. Dann gibt es Snacks im Victorias. Es gibt einen Aurora-Kuchen, blende ich euch jetzt hier auch ein, und einen Ariel Milkshake. Werden wir natürlich auch nächste Woche beides testen mit Brina. Also, ich bin übrigens mit Brina unterwegs. Dann werden wir jetzt einen Magic Shot mit Pocahontas geben. Und die Gesichtsmallerei bei Sir Mickey's Boutique im Fantasyland hat auch ein paar Prinzessinnen-Make-ups dazubekommen. Das heißt, ihr könnt, ihr oder eure Kinder könnt euch mit einem schöneren Prinzessinnen-Make-up schminken lassen. Oder mit einem besonderen Prinzessinnen-Make-up. Und natürlich gibt es neues Merchandise. Und ich habe schon gesehen auf Instagram, es gibt vier neue Disney-Prinzessinnen-Spirit-Jerseys. Krass. Und es gibt auch wieder diese Sammelkarten. Ich glaube, es gibt 13 Stück, die ihr wieder sammeln könnt von den Cast-Membern oder an Attraktionen oder in verschiedenen Shops. Da müsst ihr halt die Cast-Member fragen. Oder wenn sie nett sind, bekommt ihr sie einfach so ausgeteilt. Genau, also es gibt 13 verschiedene Sammelkarten. Ich glaube nicht, dass wir die in einem Tag werden sammeln können an dem Samstag, aber vielleicht kriegen wir ja die ein. Oder andere Sammelkarte. Ja, und das waren die besonderen Sachen, die es bei der Princess Week ab heute bis Samstag im Disneyland Paris geben wird. Es ist eigentlich immer so dasselbe. Jedes Jahr gibt es halt Snacks, Victorias. Es gibt eine besondere Show. Letztes Jahr war es zum Beispiel die Parade und auch so eine Aurora-Show, wo sie hinterm Schloss mit Prinz Philipp getanzt hat. Da habe ich ein bisschen verglichen mit Hexentanz ums Feuer letztes Jahr. Es gibt übrigens auch Videos zu jeder Princess Celebration hier auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn euch das interessiert oder wartet einfach auf nächste Woche, dann seht ihr, was nächste Woche so abging. Ja, und dann kommen wir zum letzten Thema. Was ist eigentlich geplant? Und ich habe es ja schon erwähnt, nächstes Wochenende bin ich mit Brina zusammen im Disneyland Paris. Freitagnachmittag geht es los. Und zwar fahre ich diesmal mit dem Auto. Also Brina und ich fahren mit dem Auto zusammen. Und bleiben bis Sonntag. Und darauf die Woche sehe ich Brina wieder. Und zwar im Legoland. Wir verbringen ein komplettes Wochenende im Legoland inklusive Übernachtung. Da an der Stelle vielen, vielen Dank ans Legoland für die Einladung. Und wir sind zwei Tage dort. Wir haben ja beim letzten Mal nicht alles geschafft. Und ich freue mich sehr drauf. Und darauf das Wochenende geht es für mich schon in den Urlaub zusammen mit meinem Freund. Wir fliegen nach Teneriffa für eine Woche. Dort werde ich auch den einen oder anderen Park besuchen. Wir werden die Sonne genießen, den Strand und das ein oder andere Unternehmen. Und darauf die Woche werde ich bereits umziehen. Also der September ist vorgepackt und Ende September geht es auch schon wieder ins Disneyland. Habe ich auch eben erwähnt. Zum Abschluss der 30. Geburtstag, aber auch zum Start der Halloween Season. Also der September ist auf jeden Fall gut verplant. Und ich nehme euch natürlich auf allen den Reisen und Aktivitäten mit. Das werdet ihr dann hier auf YouTube zeitnah alles miterleben dürfen. Genau. Und das war's. Das war mein News Video heute vom 20. August. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir da einen Daumen nach oben. Dann abonniert den Kanal. Drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Vielen Dank.